Sun Tzu über die Kunst des Krieges Es geht gemeinhin das Gerücht um, die Abhandlung Sun Tzus über die Kunst des Krieges sei besser und vorzüglicher psychologisch zu interpretieren. Tatsächlich aber handelt es sich um einen Ratgeber für Kriegführung, um ein Werk militärischer Regeln und Richtlinien, sodass ein rein psychologischer Versuch in der Interpretation einer Verharmlosung der Thematik gleichkommt. Ich habe mich beim Übersetzen, Interpretieren, Letzteres als Reminiszenz an die Unmöglichkeit von einer Sprache in die andere ohne Verluste, Umdeutungen und Angleichungen zu übersetzen, bemüht, den militärischen Charakter aufrecht zu erhalten, ihn aber gleicherdings an eine etwas modernere Sprache anzupassen. Dem Leser wird es unproblematisch möglich sein, die meisten Regeln auf alltägliche Lebenssituationen und psychologische Prozesse anzuwenden, ebenso wie man eine Rhetorik im eristischen wie im moralischen Sinne einsetzen und interpretieren kann. Die bewusste Entscheidung gegen eine Psychologisierung in der reinen Übersetzung des Sun Tzu-Textes ergab sich mir unter anderem auch durch die Erkenntnis, dass hier im Allgemeinen der Wunsch der Vater des Gedankens ist und nicht die Realität. Trotz des kriegerischen Themas aber ist der Text Sun Tzus geeignet, das moralische Bewusstsein zu stärken und menschliche Verhaltensweisen dort zu zeigen, wo wir sie am wenigsten erwarten, auf dem Kriegsschauplatz. Gnade und Gewaltfreiheit vor Strenger und Krieg lautet eine der Maximen und im Gegensatz zu späteren militärischen Ratgebern flüchtet sich Sun Tzu nicht in dialektische Plattitüden, wie zum Beispiel Klausewitz »Krieg ist die Fortführung der Diplomatie mit anderen Mitteln«. Sun Tzu erkennt scharf und direkt, dass die beste Form der Kriegsführung das Vermeiden des Krieges ist, die beste Form der Eroberung und des Sieges diejenige, bei der wir das Land des Feindes intakt und wohlbehalten übernehmen. Stets stellt er die Frage nach dem moralischen Recht. Eine schwierige Frage, die selbst heute noch nicht an Aktualität verloren hat, wird es doch zunehmend schwieriger noch zu erkennen, wann das Recht wo liegt. Alles in allem kann jeder von uns aus diesem kleinen Büchlein etwas lernen, denn Kriege führen wir nicht nur als Nationen, sondern auch im Alltag mit uns selbst und mit anderen. Es mag sein, dass mehr Menschen nach Studierendes Sun Tzu zunächst ihre moralische Überlegenheit prüfen, bevor sie einen Streit beginnen, und dass sie erkennen, dass das Führen eines Streites, wenn er tatsächlich nicht vermeidbar ist, nur einen Sinn macht, wenn wir siegen. Um Letzteres aber überlegen tun zu können, benötigen wir erst einmal das moralische Recht auf unserer Seite, sonst werden wir uns selbst betrügen und nur mit halber Kraft streiten. Auf diese Weise, mit diesen Überlegungen, können sicherlich die meisten Konfrontationen vermieden werden, denn Justitia ist eine türkische Göttin, die sich nur dem Chauvinisten als eindeutig darstellt. Gewisse Aspekte, wie zum Beispiel den der Ehrenhaftigkeit und den zeitlichen Bezug des Textes innerhalb einer reichen Kultur, habe ich zwar versucht zu erhalten oder ansatzweise auszudrücken, doch bin ich mir sicher, dass ein tiefes und ganzheitliches Verstehen der Kunst des Krieges nur im Chinesischen und nur von jemandem mit einer chinesischen Konditionierung möglich ist. Wir Deutschen können nur versuchen, uns so gut wie eben möglich zu orientieren. Ich hoffe, dass mir dies gelungen ist. Grundlegende Erwägungen Sun Tzu sagte, Die Kunst des Krieges denn wird durch fünf konstante Faktoren bestimmt, die in unsere Überlegungen eingehen sollten, wenn wir versuchen, uns einen Überblick über die Bedingungen des Schlachtfelds zu verschaffen. Diese Faktoren sind 1. Das moralische Recht 2. Himmel 3. Erde 4. Der Anführer 5. Methodik und Disziplin Das moralische Recht motiviert die Menschen dazu, vollkommen mit ihrem Anführer übereinzustimmen, sodass sie ihm auf Leben und Tod folgen, ohne Rücksicht auf irgendeine Gefahr zu nehmen. 5. Himmel 5. Bezeichnet Nacht und Tag, Kälte und Hitze, Tages- und Jahreszeit. 6. Erde beinhaltet Entfernungen, weit oder nah, Gefahren und Sicherheiten, 6. Offenes Gelände und enge Pässe, sowie die Chancen von Leben und Tod. 7. Der Anführer steht für die Tugenden von Klugheit, Aufrichtigkeit, Wohlwollen, Mut und Gradlinigkeit. 8. Unter Methodik und Disziplin verstehen wir das Aufteilen der Armee in ordentliche Unterdivisionen, das Verteilen der Ränge unter den Offizieren, die Behauptung der Straßen für die Versorgung der Armee und die Kontrolle militärischer Ausgaben und Kosten. 9. Diese fünf Punkte sollten jedem General vertraut sein, denn der, welcher sie gut kennt, wird siegreich sein. 10. Derjenige, welchem sie nicht vertraut sind, wird versagen. 10. Wenn man nun nach unseren Überlegungen versucht, die militärischen Bedingungen festzusetzen, sollte man folgende Vergleiche zu seiner gedanklichen Basis machen. 11. Welcher der beiden Herrscher ist von dem moralischen Recht durchdrungen? 12. Welcher der beiden Generäle hat die größten Fähigkeiten? 13. Bei wem liegen die Vorteile, die durch Himmel und Erde bedingt sind? 14. Auf welcher Seite wird die Disziplin strenger durchgesetzt? 15. Wessen Armee ist stärker? 16. Auf welcher Seite sind Offiziere und Soldaten besser ausgebildet? 17. In welcher Armee finden wir die größere Beständigkeit bei Belohnung und Bestrafung? Anhand dieser sieben Bedingungen kann ich Sieg oder Niederlage vorhersagen. 18. Der General, der meinen Anweisungen folgt und auf ihrer Grundlage handelt, wird erfolgreich sein. 18. So jemandem sollte man das Kommando geben. 19. Der General aber, der meinen Anweisungen nicht folgt oder nicht auf ihrer Grundlage handelt, wird den Misserfolg heraufbeschwören. 20. Wir sollten so jemanden entlassen. 20. Während man über die Vorzüge meiner Ratschläge nachdenkt, sollte man sich jeden weiteren hilfreichen Umstand zunutze machen, der jenseits der gewöhnlichen Regeln liegt. 21. Sollten die Umstände dies notwendig machen, kann man seinen Plan verändern. 22. Die gesamte Kriegskunst beruht auf Täuschung. 23. Folglich sollten wir, wenn ein Angriff möglich ist, so wirken, als sei er unmöglich. 24. Während wir unsere Kräfte nutzen, sollten wir inaktiv wirken. 25. Wenn wir nahe sind, sollten wir beim Feind den Eindruck erwecken, wir wären noch weit weg. 26. Sind wir aber noch weit weg, sollten wir ihn glauben machen, wir wären nah. 26. Lege Köder aus, den Feind zu verlocken. 27. Täusche Unordnung vor und schlage dann zu. 28. Wenn er an allen Punkten sicher ist, sei bereit für ihn. 29. Wenn seine Stärke überlegen ist, weiche ihm aus. 29. Ist der Gegner cholerischen Gemütes, versuche ihn zu reizen. 30. Tue schwach, sodass er sich überlegen fühlt. 30. Wenn er versucht, sich zu entspannen, gönne ihm keine Ruhe. 31. Wenn seine Kräfte vereint sind, spalte sie. 31. Greife ihn an, wo er unvorbereitet ist. Erscheine, wo du nicht erwartet wirst. 31. Jene militärischen Listen, die zum Sieg führen, dürfen nicht im Voraus enthüllt werden. 32. Der General, der einen Kampf gewinnt, macht sich in seinem Tempel viele Gedanken, bevor der Kampf ausgetragen wird. 33. Der General, der einen Kampf verliert, macht sich vorher nur wenige Gedanken. 34. So führen viele Überlegungen zum Sieg und wenige in die Niederlage, erst recht, wenn man gar keine Überlegungen anstellt. 35. Indem ich diesem Punkt meine Aufmerksamkeit widme, kann ich vorhersehen, wer vermutlich gewinnen oder verlieren wird. 35. Krieg führen Sun Tzu sagte, im Kriegseinsatz, wenn wir 1000 schnelle Wagen im Feld haben, viele schwere Wagen und 100.000 gerüstete Soldaten mit Vorräten für eine Strecke von 1000 Li, dann werden die Ausgaben zu Hause und an der Front inklusive der Unterhaltung von Gästen, kleinen Dingen wie Leim und Farbe und den Summen für Wagen und Waffen, täglich die Gesamtsumme von 1000 Unzen Silber ausmachen. 35. Derart sind die Kosten für das Aufstellen einer Armee von 100.000 Mann. 36. Bist du in tatsächliche Kämpfe verwickelt und der Sieg lässt lange auf sich warten, werden die Waffen der Männer stumpf und ihre Begeisterung wird gedämpft. 37. Solltest du eine Stadt belagern, wird deine Stärke ermatten. 38. Noch einmal, zieht der Feldzug sich hinaus, werden die Ressourcen des Staates der Belastung nicht gewachsen sein. 39. Wenn jetzt deine Waffen stumpf sind, deine Begeisterung gedämpft ist, deine Stärke ermattet und dein Schatz verbraucht, werden andere Anführer kommen, um einen Vorteil aus deiner Zwangslage zu ziehen. In diesem Fall kann niemand, wie weise auch immer, die Folgen abwenden, die sich ergeben müssen. 40. So, wenn wir auch schon von dummer Hass dem Kriege hörten, werden wir niemals sehen, dass sich Klugheit mit Verzögerung paart. 41. Es gibt kein Beispiel eines Landes, das von langwierigen Feldzügen profitiert hätte. 41. Nur derjenige, der die Bosheiten des Krieges eingehend kennt, kann wirklich verstehen, wie man den Krieg auf vorteilhafte Weise führt. 42. Der geschickte Soldat führt keine zweite Erhebung durch, 43. Genauso wenig, wie er seine Transportwagen mehr als zweimal beladen wird. 43. Nimm das Kriegsmaterial von zu Hause mit, aber beraube den Feind. 44. Auf diese Weise wird die Armee ausreichend mit Nahrung versorgt sein. 45. Armut der Staatskasse führt dazu, dass eine Armee durch Beiträge aus der Heimat aufrechterhalten werden muss, was wiederum dazu führt, dass das Volk verarmt. 45. Auf der anderen Seite wiederum führt die Nähe einer Armee dazu, dass die Preise steigen. 45. Und hohe Preise führen dazu, dass die Besitztümer des Volkes schwinden. 46. Wenn aber die Besitztümer des Volkes schwinden, wird die Bauernschaft durch schwere Eintreibungen geplagt sein. 47. Bei diesem Verlust von Besitztümern und der Erschöpfung der Kräfte werden die Höfe der Leute brachliegen und drei Zehntel ihres Einkommens schwinden. 47. Während die Ausgaben der Regierung für beschädigte Wagen, erschöpfte Pferde, Brustpanzer und Helme, Pfeile und Bögen, Sperre und Schilde, schützende Mäntel, Zugochsen und schwere Wagen sich auf vier Zehntel der gesamten Staatseinnahmen belaufen werden. 48. Folglich wird der weise General die Notwendigkeit erkennen, Raubzüge beim Feind zu unternehmen. 49. Eine Wagenladung von des Feindes Proviant entspricht 20 unserer eigenen und genauso entspricht ein Pikul von seinem Futter 20 aus unserem eigenen Lager. 49. Um nun den Feind zu töten, muss der Zorn unserer Männer entfacht werden. 50. Damit sie einen Vorteil im Kampf gegen den Feind sehen, müssen sie Belohnungen bekommen. 50. Deshalb sollen beim Gefecht mit Streitwagen, wenn zehn oder mehr erkämpft wurden, diejenigen belohnt werden, die den ersten eroberten. 51. Unsere eigene Fahne soll die des Feindes ersetzen und die eroberten Wagen sollen neben den unsrigen eingesetzt werden. 52. Die gefangenen Soldaten sollten freundlich behandelt und bewacht werden. Das nennt man die besiegten Feinde zu benutzen, um seine eigene Stärke zu erhöhen. Im Kriege denn sollte das höchste Ziel der Sieg sein, nicht lange Feldzüge. 53. Und nun sollte man noch wissen, dass der Führer der Armeen der Richter über das Schicksal der Menschen ist. 54. Der Mann, von dem es abhängt, ob sich die Nation im Frieden oder in Gefahr befindet. 55. Angriff nach Strategien 56. Sun Tzu sagte, in der praktischen Kunst des Krieges ist es das Beste, das Feindesland ganz und intakt zu erringen. 56. Es zu zerstören und zu zertrümmern ist nicht so gut. 57. Ebenso ist es besser, eine Armee vollständig einzunehmen, als sie zu zerstören, ein Regiment, eine Abteilung oder eine Kompanie unversehrt gefangen zu nehmen, als sie zu zerstören. 57. Folglich zeugt es nicht von höchster Brillanz, in allen Schlachten zu kämpfen und zu erobern. 58. Höchste Brillanz ist, des Feindes Widerstand zu brechen, ohne zu kämpfen. 59. Die höchste Form der Generalschaft besteht darin, des Feindes Plan zum Stocken zu bringen. 60. Die nächstbeste besteht darin, die Verbindung der gegnerischen Kräfte zu unterbrechen. 60. Die nächste ist, des Feindes Armee im Felde anzugreifen. 61. Und die schlechteste Handlungsweise von allen ist, bewährte Städte zu belagern. 61. Die Regel ist die, keine bewährten Städte zu belagern, wenn man es irgendwie vermeiden kann. 62. Das Vorbereiten von Sturmdächern, Aufstellen beweglicher Unterstände und unterschiedlicher Kriegswerkzeuge kann bis zu drei Monaten dauern. 63. Und das Aufschütten von Wellen, um über die Mauern zu gelangen, wird weitere drei Monate in Anspruch nehmen. 64. Der General, der seinen Zorn nicht kontrollieren kann, wird seine Männer aussenden wie schwärmende Ameisen, was dazu führt, dass einer von drei Männern erschlagen wird, während die Stadt noch immer ungenommen steht. 65. Das sind die verheerenden Wirkungen einer Belagerung. 65. Deshalb wird der listenreiche Führer die Truppen des Feindes untergraben, ohne zu kämpfen. 66. Er erobert seine Städte, ohne sie zu belagern. 67. Er übernimmt seine Königreiche ohne längere Feldzüge. 67. Mit intakten Kräften wird er sich die Herrschaft über das Reich erstreiten, und auf diese Weise wird sein Triumph vollkommen, ohne dass er auch nur einen Mann verlor. 67. Das ist die Methode, nach Strategien anzugreifen. 68. Die Regel im Krieg besagt, wenn unsere Kräfte denen des Feindes 10 zu 1 gegenüberstehen, umzingeln wir ihn. 69. Wenn 5 zu 1, greifen wir ihn an. 69. Wenn wir ihm zweifach überlegen sind, teilen wir unsere Armee in zwei. 69. Wenn wir gleich stark sind, bieten wir die Schlacht an. 69. Sind wir geringfügig unterlegen, gehen wir ihm zunächst aus dem Wege. 69. Sind wir aber in jeder Hinsicht ungleich, so ist es nicht unehrenhaft, vor ihm zu fliehen. 69. Folglich wird ein noch so hartnäckiger Kampf seitens niedriger Kräfte letztlich durch die größere Kraft überwältigt. 69. Nun ist der General das Bollwerk des Staates. 70. Ist das Bollwerk in allen Punkten vollständig, wird der Staat stark sein. 71. Hat das Bollwerk Lücken, wird der Staat schwach sein. 71. Es gibt drei Möglichkeiten, wie ein Führer Unglück über seine Armee bringen kann. 71. Indem er der Armee Vormarsch oder Rückzug befiehlt und die Tatsache ignoriert, dass sie nicht gehorchen kann. 71. So etwas nennt man die Armee in eine heikle Situation bringen. 72. Zweitens, wenn er glaubt, die Armee genauso regieren zu können wie ein Königreich und dabei die Bedingungen ignoriert, die in einer Armee herrschen. 73. Dies verursacht Unruhe im Geiste der Soldaten. 73. Durch das Beschäftigen der Offiziere ohne Unterschied. 74. Was geschieht, wenn er das militärische Prinzip der Anpassung an die Umstände außer Acht lässt. 74. Das erschüttert das Vertrauen der Soldaten. 75. Und wenn dann die Armee ruhlos und misstrauisch geworden ist, gibt es sicher Ärger von Seiten der Feudalherren. 75. Das bringt schlicht Anarchie in die Armee und man verschleudert den Sieg. 76. Weiterhin sollten wir wissen, dass es fünf Grundregeln für den Sieg gibt. 76. Erstens, derjenige gewinnt, der weiß, wann man zu kämpfen hat und wann nicht. 77. Zweitens, derjenige gewinnt, der weiß, wie überlegene und unterlegene Kräfte zu handhaben sind. 77. Drittens, derjenige gewinnt, dessen Armee in allen Rängen von demselben Geist durchdrungen ist. 78. Viertens, derjenige gewinnt, der gut vorbereitet warten kann, bis er den Feind unvorbereitet trifft. 79. Fünftens, derjenige gewinnt, der über militärisches Begriffsvermögen verfügt und nicht mit Einmischungen von Seiten seiner Landesherren rechnen muss. 80. Daher das Sprichwort. 79. Wenn du deinen Feind und auch dich kennst, brauchst du nicht die Ergebnisse von 100 Kämpfen zu fürchten. 80. Wenn du dich kennst, nicht aber deinen Feind, wirst du für jeden Sieg eine Niederlage erleiden. 80. Wenn du weder dich noch deinen Feind kennst, wirst du in jeder Schlacht versagen. 80. Taktische Erwägungen Sun Tzu sagte, die guten Kämpfer der alten Zeit schlossen zunächst jede Möglichkeit der Niederlage aus und dann warteten sie auf eine Gelegenheit, den Gegner zu besiegen. 80. Uns vor einer Niederlage zu bewahren, liegt in unserer eigenen Hand, aber für die Möglichkeit, den Feind zu besiegen, sorgt dieser selbst. 80. So ist der erfahrene Kämpfer dazu in der Lage, sich selbst vor einer Niederlage zu bewahren, nicht aber dazu, die Niederlage des Gegners sicherzustellen. 80. Demzufolge sagt man, man kann wissen, wie man erobert, ohne dazu in der Lage zu sein, dies auch zu tun. 80. Um vor Niederlagen sicher zu sein, benötigt man Verteidigungstaktiken. Die Fähigkeit, den Feind zu besiegen, bedeutet, die Offensive zu ergreifen. 81. Auf der Defensive zu beharren, deutet auf unzureichende Stärke. Auf der Offensive hingegen auf Überschätzung der Stärke. 81. Der General, der erfahren in der Verteidigung ist, versteckt sich in den geheimsten Winkeln der Erde. 81. Derjenige, der im Angriff erfahren ist, schnellt aus den höchsten Höhen des Himmels hernieder. 81. So haben wir auf der einen Seite die Fähigkeit, uns selbst zu schützen, auf der anderen Seite aber auch einen vollkommenen Sieg. 81. Einen Sieg nur dann zu sehen, wenn ihn schon wirklich jeder erkennen kann, ist nicht gerade eine Kunst. 81. Ebenso ist es nichts Besonderes, wenn du kämpfst und eroberst und das ganze Königreich ruft, gut gemacht. 81. Ein Laubblatt aufzuheben, ist kein Zeichen großer Stärke. 82. Die Sonne oder den Mond zu sehen, kein Zeichen scharfer Augen. 83. Den Donner zu hören, kein Zeichen eines guten Ohres. 84. Was die Alten einen klugen Kämpfer nannten, ist jemand, der nicht nur gewinnt, sondern der sich dadurch auszeichnet, mühelos zu gewinnen. 84. Seine Siege bringen ihm folglich weder Ansehen an Weisheit noch Ehrung für Mut. 85. Er gewinnt den Kampf dadurch, dass er keine Fehler macht. 85. Keine Fehler zu machen, ist es, was den Sieg sichert, was wiederum bedeutet, einen Gegner zu schlagen, der bereits besiegt ist. 86. Demzufolge versetzt sich der geschickte Kämpfer in eine Position, die eine Niederlage unmöglich macht, und er versäumt auch nicht den passenden Augenblick, um den Gegner zu besiegen. 86. 86. So ist es denn, dass der siegreiche Stratege den Kampf erst dann sucht, wenn der Sieg bereits errungen ist, sowie der, dem Untergang geweihtet, zuerst kämpft und dann Ausschau nach seinem Sieg hält. 87. Der vollendete Anführer kultiviert das moralische Recht und hält strikt an Methodik und Disziplin fest. So liegt es in seiner Macht, erfolgreich zu sein. 87. Hinsichtlich militärischer Maßnahmen gilt es als erstes, Abmessungen vorzunehmen, zweitens die Größe zu schätzen, 87. Scharf zu kalkulieren, viertens die Chancen abzuwägen und fünftens den Sieg zu erlangen. Die Abmessungen verdanken wir den Bedingungen des Geländes, die Einschätzung der Größe der Abmessung, die scharfe Kalkulation der geschätzten Größe, die Abwägung der Chancen der Kalkulation und den Sieg der rechten Abwägung der Chancen. Eine siegreiche Armee steht einer in die Flucht geschlagenen gegenüber, wie wenn das Gewicht eines Pfundes gegenüber einem einzigen Korn in die Waagschale geworfen wird. Der Ansturm einer erobernden Kraft gleicht dem Herabdonnern des Wassers in einen tausendfaden tiefen Abgrund. Tatkraft. Sun Tzu sagte, die Kontrolle einer größeren Macht gleicht der Kontrolle einiger Männer. Es ist nur eine Frage der Aufteilung ihrer Zahl. Mit einer großen Armee unter unserer Kontrolle zu kämpfen, unterscheidet sich nicht sehr davon, dies mit einer kleinen zu tun. Es kommt nur darauf an, Zeichen und Signale zu setzen. Sicher zu gehen, dass unsere gesamte Herrscher dem Ansturm der feindlichen Angriffe widerstehen und sie unerschüttert überstehen kann, das ist ein Ergebnis direkter und indirekter Manöver. Dass der Aufprall unserer Armee dem eines Schleipsteins auf einem Ei gleicht, ist ein Ergebnis der Kenntnis von Schwachpunkten und Stärken. In allen Kämpfen sollte die direkte Methode verwendet werden, wenn wir den Kampf suchen. Die indirekte Methode aber benötigen wir, um uns den Sieg zu sichern. Sorgfältig ausgewählte indirekte Taktiken sind so unerschöpflich wie Himmel und Erde, so unendlich wie das Fließen von Flüssen und Strömen, sie sind wie die Sonne und der Mond, sie gehen unter und wieder auf und sie sind wie die Zeiten des Jahres, die gehen und die wiederkehren. Es gibt nicht mehr als fünf Töne, aber wenn man diese fünf kombiniert, ergeben sich mehr Melodien, als man jemals hören kann. Es gibt nur fünf grundlegende Farben, blau, gelb, rot, weiß und schwarz. Aber wenn man sie kombiniert, erhält man mehr Farbtöne, als man sich jemals vorzustellen vermag. Es gibt nur fünf reine Geschmäcker. Sauer, scharf, salzig, süß und bitter. Doch ihre Kombinationen bringen mehr Aromen hervor, als jemals probiert werden können. Im direkten Kampf gibt es nicht mehr als zwei Methoden anzugreifen, die direkte und die indirekte. Aber diese beiden kombiniert ergeben eine unendliche Reihe verschiedener Manöver. Das direkte und das indirekte gehen Hand in Hand. Es ist, als gehe man im Kreis. Man kommt niemals an ein Ende. Und wer kann die Möglichkeiten ihrer Kombinationen ermessen? Der Ansturm der Schar gleicht dem reischenden Strom, der in seinem Fluss sogar Steine zum Rollen bringt. Eine wohlgefällte Entscheidung gleicht dem gezielten Herabstoßen des Falken, das ihm ermöglicht, zuzuschlagen und sein Opfer zu vernichten. Deshalb wird der gute Kämpfer sich als schrecklich in seinem Ansturm und unzögerlich in seinen Entscheidungen erweisen. Die Tatkraft gleicht der Spannung eines Bogens. Die Entscheidung gleicht dem Abschießen des Pfeils. Mitten in Aufruhr und Verwirrung des Krieges mag es aussehen als herrsche Unordnung und doch ist dort keine wirkliche Unordnung. Inmitten der Verwirrung und des Chaos mag deine Schlachtordnung wirken, als hätte sie weder Hand noch Fuß und doch wird sie vor der Niederlage sicher sein. So tun zu können als herrsche Unordnung setzt totale Disziplin voraus. So zu tun als herrsche Furcht erfordert Mut. Schwäche zu simulieren bedarf der Stärke. Geregelte Ordnung unter dem Deckmantel von Unordnung zu verbergen ist nur eine Frage guter Aufteilung. Mut hinter vorgetäuschter Ängstlichkeit zu verbergen setzt einen Vorrat verborgener Tatkraft voraus. Stärke mit Schwäche zu maskieren ist das Resultat taktischer Erwägungen. Somit wird derjenige, der geschickt darin ist, den Gegner in Bewegung zu halten, Täuschungen aufbauen, denen der Gegner folgen wird. Er opfert etwas, auf das der Feind danach schnappen möge. Er legt Köder aus und hält den Gegner in Bewegung und mit einer sorgfältig ausgewählten Schar liegt er im Hinterhalt auf der Lauer und wartet auf ihn. Der kluge Streiter spekuliert auf die Gewalt gesammelter Schlagkraft und verlangt nicht zu viel von Einzelpersonen. Folglich ist es wichtig, sorgfältig die richtigen Männer auszuwählen, die sich gegenseitig gut in ihrer Kraft ergänzen. Wenn es ihm gelingt, die gesammelte Schlagkraft zu benutzen, dann werden seine kämpfenden Männer einem Erdrutsch oder herabrollenden Baumstämmen gleichen. Denn es liegt in der Natur eines Baumstammes oder Steins, bewegungslos auf ebener Erde zu liegen und auf einem Abhang ins Rollen zu kommen. Sind sie viereckig, kommen sie zum Stillstand. Sind sie rund, rollen sie weiter herunter. So gleicht die gesammelte Tatkraft guter Soldaten dem großen runden Stein, der einen tausend Fuß hohen Berg herunterrollt. Soviel zu der Sache der Tatkraft. Schwachpunkte und Stärken Sun Tzu sagte, wer auch immer der Erste ist, der am Kriegsschauplatz erscheint und dort auf den Feind wartet, ist derjenige, der gut auf den Kampf vorbereitet ist. Wer Zweiter ist und sich zum Kampf eilen muss, wird erschöpft ankommen. Daher zwingt der kluge Streiter dem Gegner seinen Willen auf, erlaubt es aber umgekehrt dem Gegner nicht, ihm seinen Willen aufzuzwängen. Indem er ihm Vorteile anbietet, kann er den Feind dazu zwingen, nach seinen Regeln zu spielen und sich zu nähern, wenn es ihm passt. Oder, indem er Schaden verursacht, kann er es dem Feind unmöglich machen, sich zu nähern. Sucht der Feind Bequemlichkeit, ist es angebracht, ihn aufzustören. Ist er gut mit Vorräten versorgt und wenn er gerade ruhig lagert, bringt man ihn dazu, in Bewegung zu kommen. Erscheine an Punkten, die der Feind eilig verteidigen muss. Marschiere geschwind zu den Orten, an denen du nicht erwartet wirst. Eine Armee marschiert größere Strecken stets dort am besten, wo der Feind sie nicht erwartet. Man ist sich seiner Angriffserfolge am sichersten, wenn man Orte angreift, die unverteidigt stehen. Und die besten Verteidigungsplätze für einen selbst sind diejenigen, die nicht angegriffen werden können. Folglich ist der General im Angriff am fähigsten, dessen Gegner nicht weiß, was er verteidigen soll. Und derjenige ist in der Verteidigung am fähigsten, dessen Gegner nicht weiß, was er angreifen soll. Oh, du ausgesuchte Kunst von Feinfühligkeit und Geheimnissen! Durch dich lernen wir unsichtbar, unhörbar zu sein. Und so halten wir das Schicksal des Feindes in unserer Hand. Du kannst vorrücken und niemand kann dir widerstehen, wenn du die Schwachpunkte des Feindes angehst. Du kannst dich zurückziehen und sicher vor Verfolgung sein, wenn deine Bewegungen schneller sind als die des Feindes. Wenn wir zu kämpfen wünschen, können wir den Feind dazu bringen, etwas zu tun. Auch wenn er sich gerade hinter hohen Wellen und in einem tiefen Graben verschanzt hat. Alles, was wir tun müssen, ist irgendeine andere Stelle zu attackieren, die er verteidigen muss. Und wenn wir nicht kämpfen wollen, können wir den Feind davon abhalten, uns anzugreifen, auch wenn die Befestigung unseres Lagers noch nicht einmal richtig begonnen hat. Alles, was wir tun müssen, ist ihm etwas Merkwürdiges und Unerklärliches in den Weg zu stellen. Gelingt es uns, die Position des Feindes auszumachen und selbst unsichtbar zu bleiben, können wir unsere Kräfte zusammenhalten, während der Feind die Seinen aufteilen muss. So bilden wir einen geeinten Korpus, während sich der Feind in Fraktionen aufteilen muss. Somit steht hier ein ganzes, Teilen eines Ganzen gegenüber, was bedeutet, dass wir viele gegenüber den Wenigen des Feindes sein werden. Und wenn es uns somit gelingt, eine unterlegene Macht des Gegners mit einer Überlegenen anzugreifen, befindet sich der Feind in einer furchtbaren Notlage. Die Stelle, an der wir zu kämpfen beabsichtigen, darf nicht bekannt sein, denn dann muss sich der Feind auf einen möglichen Angriff an mehreren verschiedenen Stellen vorbereiten. Und wenn seine Kräfte somit in viele Richtungen verstreut sind, wird die Zahl derer, denen wir an einem beliebigen Punkt gegenüberstehen, vergleichsweise gering sein. Sollte der Feind nun seine Front verstärken, schwächt er seine Rückendeckung. Stärkt er seine Rückendeckung, schwächt er seine Front. Sollte er seine linke Seite zu stärken versuchen, schwächt er seine rechte. Und stärkt er umgekehrt die rechte, schwächt er seine linke Seite. Und wenn er überall Verstärkung hinschickt, wird er überall schwach sein. Zahlenmäßige Schwäche rührt daher, sich gegen mögliche Angriffe vorbereiten zu müssen. Zahlenmäßige Stärke daher, dass wir unseren Gegner zwingen, diese Vorbereitungen gegen uns zu treffen. Kennen wir Zeit und Ort des Kampfes, können wir uns aus den größten Entfernungen sammeln, um zu kämpfen. Wenn aber weder Zeit noch Ort bekannt sind, ist die linke Flanke nicht dazu, in der Lage der Rechten beizustehen, die Rechte gleichermaßen unfähig, der Linken zu helfen. Die Front kann der Nachhut nicht helfen oder die Nachhut der Front. Und das Ganze wird umso schlimmer, wenn die entferntesten Teile der Armee etwas unter 100 Lie voneinander entfernt und sogar die nächsten noch durch mehrere Lie getrennt sind. Obwohl nach meiner Einschätzung uns die Soldaten Jus zahlenmäßig überlegen sind, bringt es ihnen keinen Vorteil in der Angelegenheit des Sieges. In diesem Falle sage ich, dass der Sieg erlangt werden kann. Auch wenn der Feind zahlenmäßig stärker ist, können wir ihn vom Kämpfen abhalten. Schmiede deine Ränke, um seine Pläne und die Wahrscheinlichkeit ihres Erfolges aufzudecken. Scheuche ihn auf und erkenne das Prinzip, auf dem seine Tätigkeit oder Untätigkeit beruht. Zwinge ihn, sich Blöße zu geben, um seine verwundbaren Stellen zu finden. Vergleiche sorgfältig die gegnerische Armee mit deiner eigenen, sodass du erkennst, wo Stärke überreichlich und wo nur mangelhaft vorhanden ist. Beim Planen taktischer Dispositionen ist das höchste Ziel, sie zu verbergen. Verbirg deine Pläne und du wirst noch vor den gerissensten Spionen sicher sein und vor den Machenschaften der weisesten Köpfe. Wie man den Sieg mit Hilfe der Taktik des Feindes erlangt, ist eine Angelegenheit, die die breite Masse nie verstehen wird. Jeder kann die Taktik erkennen, mit der ich erobere, doch kann niemand die Strategie erkennen, aus der heraus sich der Sieg entwickelt. Wiederhole keine Taktiken, die dich zum Sieg führen, sondern verhalte dich entsprechend der unendlichen Möglichkeiten der jeweiligen Umstände. Militärische Taktiken sind wie Wasser, denn Wasser fließt natürlicherweise von höheren Plätzen schnell nach unten. So sollte man auch im Krieg das Starke meiden und gegen das Schwache ankämpfen. Wasser bahnt sich seinen Weg entsprechend der Beschaffenheit des Grundes, über den es fließt, und so erarbeitet sich der Soldat seinen Sieg entsprechend des Feindes, dem er gegenübersteht. Deshalb gibt es im Krieg ebenso keine gleichbleibende Bedingungen, wie das Wasser keine gleichbleibende Gestalt bewahrt. Derjenige also, der seine Taktiken im Verhältnis zu seinem Gegenspieler verändern kann und dabei erfolgreich siegt, den nennen wir den geborenen Anführer. Die fünf Elemente, Wasser, Feuer, Holz, Metall und Erde, herrschen nicht immer gleichermaßen vor. Die vier Jahreszeiten wechseln einander ab, es gibt kurze und lange Tage, und der Mond hat zunehmende und abnehmende Phasen. Manöver durchführen Sun Tzu sagte, im Krieg erhält der General seine Anweisungen von seinem Lehnsherrn. Wenn die Armee beisammen ist und ihre Kräfte konzentriert, muss er ihre verschiedenen Elemente gut geeint und harmonisiert haben, bevor er das Lager aufschlägt. Darauf folgt taktisches Manövrieren, und es gibt nichts Schwierigeres. Das Problem taktischer Manöver besteht darin, das Irreführende in das Gelenkte umzuwandeln und Unglück in Vorteil. Es zeigt Wissen in der Kunst der Verwirrung, wenn man einen langen und umständlichen Weg wählt, nachdem man den Feind dazu brachte, von seinem Weg abzuweichen und dann nach ihm aufbricht und dennoch vor ihm das Ziel erreicht. Manöver mit einer Armee durchzuführen, ist vorteilhaft, mit einer undisziplinierten Masse aber höchst gefährlich. Wenn man eine voll ausgerüstete Armee in Marsch setzt, um sich einen Vorteil zu ergattern, besteht stets die Möglichkeit, dass man zu spät ankommt. Auf der anderen Seite aber beinhaltet das Aussenden einer fliegenden Vorhut die Opferung von ihren Vorräten und ihrem Gepäck. Hältst du also deine Mannen an, ihre Büffelledermäntel einzupacken und einen strengen Marsch durchzuführen, ohne Pause, bei Tag oder Nacht, und legst dabei hundert Lied zurück, das Doppelte der üblichen Strecke, um einen Vorteil an dich zu reißen, werden die Führer aller deiner drei Divisionen in die Hände des Feindes fallen. Die stärkeren Männer werden vorweglaufen, die schlapperen von ihnen werden zurückfallen und auf diese Weise wird letztlich nur einer von zehn Männern deiner Armee sein Ziel erreichen. Marschierst du hingegen 50 Lee mit dem Plan, den Feind auszumanövrieren, wirst du den Führer der ersten Division verlieren und nur die Hälfte deiner Kräfte wird das Ziel erreichen. Marschierst du mit der gleichen Truppe 30 Lee weit, werden zwei Drittel deiner Armee ankommen. Wir sollten deshalb begreifen, dass eine Armee ohne ihre Gepäckwagen ebenso verloren ist, wie ohne ihren Proviant und ohne Versorgungslager. Es ist nicht möglich, Verbündete zu gewinnen, wenn wir nicht mit den Angelegenheiten unserer Nachbarn vertraut sind. Wir sind nicht dazu in der Lage, eine Armee auf einen Marsch zu führen, wenn wir nicht mit den Angelegenheiten der Landschaft vertraut sind, ihren Bergen und Wäldern, ihren Fallgruben und Steilklippen, ihren Mooren und Sümpfen. Wir werden unfähig sein, naturgegebene Vorteile zu nutzen, wenn wir uns nicht eines einheimischen Führers bedienen. Im Krieg solltest du lernen, dich zu verstellen, dann wirst du erfolgreich sein. Ob man seine Truppen eher zusammenhält oder trennt, ist eine Angelegenheit der jeweiligen Umstände. Lass deine Geschwindigkeit der des Windes gleichen und deinen Zusammenhalt dem des Waldes. In Überfällen und Plünderungen gleiche dem Feuer, in deiner Unerschütterlichkeit dem Berg. Lass deine Pläne dunkel und undurchschaubar sein wie die Nacht und wenn du dich bewegst, dann brich hervor wie der Donnerschlag. Plünderst du einen Landstrich, so teile die Beute unter deinen Männern auf. Wenn du neues Territorium eroberst, so teile es als Lohn unter den Soldaten auf. Überlege wohl und bedächtig, bevor du eine Sache angehst. Derjenige wird der Erobernde sein, der die Kunst der Verwirrung gut gelernt hat. Dies ist die Kunst des Manövrierens. Das Buch der Armeeführung sagt, auf dem Schlachtfeld trägt das gesprochene Wort nicht weit genug. Deshalb sollte man Gongs und Trommeln verwenden. Genauso wenig kann man gewöhnliche Objekte gut genug erkennen, weshalb man Banner und Flaggen einsetzt. Gongs und Trommeln, Banner und Flaggen sind Mittel, mit denen die Augen und Ohren des Heeres auf einen bestimmten Punkt gerichtet werden können. Formt das Heer somit einen einzelnen vereinten Körper, ist es weder dem Tapferen möglich, alleine voranzustürmen, noch dem Feigen sich alleine zurückzuziehen. Dies ist die Kunst, eine große Anzahl von Männern zu führen. Kämpft man also des Nachts, so sollte man reichlich Gebrauch von Signalfeuern und von Trommeln machen, während man am Tage Flaggen und Banner benutzt, um auf diese Weise Augen und Ohren der Armee zu lenken. Eine ganzheitliche Armee kann ihres Geistes beraubt werden, der herausragende Führer hingegen seiner Geistesgegenwart. Das Soldatengeist ist am wachsamsten des Morgens, gegen Mittag wird er erschlaffen und am Abend hat er nur noch im Kopf so schnell wie möglich zum Lager zurückzukehren. Deshalb geht der kluge General einer Armee aus dem Wege, solange ihr Geist noch wachsam ist, attackiert sie jedoch, wenn sie erschlafft und den Wunsch zeigt, zum Lager zurückzukehren. Dies ist die Kunst, Stimmungen zu studieren. Disziplin und Ruhe zu bewahren, um den Augenblick von schlechter Organisation und Tumulten beim Feind abzuwarten, ist die Kunst der Selbstbeherrschung. Dem Ziel nahe zu sein, wenn der Feind noch weit von ihm entfernt ist, in Ruhe abzuwarten, während sich der Gegner plagt und abmüht, wohlgenäher zu bleiben, wenn der Gegner ausgehungert ist. Dies ist die Kunst guten Haushaltens mit den eigenen Kräften. Davon abzusehen, einen Gegner abzufangen, dessen Banner sich noch in ausgezeichneter Ordnung befinden oder davon eine Armee anzugreifen, die sich noch durch Ruhe und Selbstsicherheit auszeichnet, ist die Kunst, die Begleitumstände zu untersuchen und zu berücksichtigen. Es ist eine militärische Grundregel, niemals einen Feind bergauf anzugreifen oder sich ihm entgegenzustellen, wenn er bergab stürmt. Verfolge nie einen Feind, der die Flucht nur vortäuscht und greife keine Soldaten an, die noch frischer Stimmung sind. Schlucke keine Köder, die der Feind dir anbietet und lege dich nicht mit einer Armee an, die sich auf dem Heimweg befindet. Wenn du eine Armee umzingelt hast, lass sie einen Fluchtweg und motiviere niemanden zu Verzweiflungstaten. So ist die Kunst der Kriegführung. Veränderungen der Taktiken Sun Tzu sagte, der General bekommt im Krieg seine Anweisungen von seinem Lehnsherrn, hält die Armee zusammen und konzentriert seine Kräfte. In schwierigem Gelände soll man kein Lager aufschlagen. In Gelände, wo sich größere Straßen kreuzen, sollte man Kontakt mit Verbündeten aufnehmen. Verweile nie in gefährlich isolierten Positionen. In verfahrenen Situationen musst du deine Strategien überdenken. In verzweifelter Lage musst du kämpfen. Es gibt Straßen, denen man nicht folgen darf, Armeen, die man besser nicht angreift, Städte, die nicht belagert werden dürfen, Positionen, die man nicht erstreiten darf und Anweisungen des Lehnsherrn, denen man nicht gehorchen sollte. Der General, der die Vorteile, die mit Veränderungen der Taktik einhergehen, wirklich versteht, weiß, wie er seine Truppen führen muss. Der General, der dies nicht versteht, mag gut mit den Bedingungen des Geländes vertraut sein, aber er wird sein Wissen nicht in die Praxis umsetzen können. So wird derjenige, der den Krieg studiert und in der Kunst des Krieges und Umplanung noch unerfahren ist, wenn er auch noch so gut mit den fünf Vorteilen vertraut ist, darin fehlen die beste Verwendung für seine Männer zu finden. Folglich werden in die Pläne des Weisen Führers Betrachtungen von Vor- und Nachteilen mit einfließen. Sind unsere Erwartungen der Vorteile derart gemäßigt, werden wir erfolgreich die wichtigsten Teile unserer Pläne verwirklichen können. Sind wir auf der anderen Seite dazu in der Lage, inmitten noch so großer Schwierigkeiten unseren Vorteil zu ergreifen, bewahren wir uns selbst vor großem Unglück. Schwäche die feindlichen Anführer, indem du ihnen Schaden zufügst und mache ihnen Probleme und halte sie ständig beschäftigt. Lege trügerische Verlockungen aus und bringe sie dazu, zu einem Ort deiner Wahl zu eilen. Die Kunst des Krieges lehrt uns, uns nicht auf die Wahrscheinlichkeit zu verlassen, der Feind käme nicht, sondern auf unsere eigene Bereitschaft, ihn zu empfangen. Nicht darauf, dass er uns nicht angreift, sondern darauf, dass wir unsere Stellung unangreifbar gemacht haben. Wir kennen fünf gefährliche Missgriffe, die einen General in Mitleidenschaft ziehen können. Erstens Rücksichtslosigkeit, denn diese führt zur Zerstörung. Zweitens Feigheit, welche zur Gefangennahme führt. Drittens ein erregtes Gemüt, das durch Beleidigung provoziert werden kann. Viertens überzogenes Ehrgefühl, das in Schamhaftigkeit münden kann. Und fünftens übermäßige Besorgtheit um seinen Mannen, was ihn dazu verführen kann, zu sehr mitzufühlen, traurig oder aufgeregt zu reagieren. Dieser Art sind also die fünf schrecklichen Sünden eines Generals, die verderblich für das Führen des Krieges sind. Wurde eine Armee überwältigt und der Anführer erschlagen, wird man den Grund hierfür ganz gewiss in einem der fünf gefährlichen Fehler finden. Lasse dies also zu einer Angelegenheit tiefer Meditation werden. Die Armee auf dem Vormarsch Sun Tzu sagte, wir kommen jetzt zu der Frage, mit der Armee das Lager aufzuschlagen und nach den Anzeichen des Feindes Ausschau zu halten. Berge sollten schnell passiert werden und man halte sich stets in der Nähe von Tälern. Lagere an erhöhten Stellen, die der Sonne gegenüber liegen. Aber erklimme keine Höhen, um zu kämpfen. So viel zur Angelegenheit der Kriegführung in Bergen. Wenn man einen Fluss überquert hat, sollte man sich so schnell wie möglich von ihm entfernen. Wenn eine einfallende Armee einen Fluss auf ihrem Vormarsch überquert, sollte man nicht versuchen, ihr in der Mitte des Stromes zu begegnen. Es ist besser, die Hälfte der Armee herüberkommen zu lassen und erst dann den Angriff zu starten. Bist du begierig zu kämpfen, solltest du dem Eindringling nicht in der Nähe eines Flusses entgegenkommen, den dieser noch überqueren muss. Befestige dein Schiff oberhalb des Feindes und der Sonne gegenüber. Bewege dich nicht stromaufwärts dem Feinde entgegen. So viel zu den Angelegenheiten der Kriegführung an Flüssen. Salzmooren sollte deine einzige Sorge sein, diese möglichst schnell und ohne Pausen zu überwinden. Bist du gezwungen in Salzmooren zu kämpfen, solltest du Gras und Wasser in der Nähe und eine Baumgruppe im Rücken haben. So viel über Operationen in Salzmooren. In trockenem ebenem Gelände nimm eine leicht zugängliche Position ein, mit ansteigendem Gelände rechts und hinter dir, so dass die in flachem Gelände. Dies sind die vier nützlichen Zweige militärischer Kenntnis, die dem Gelben Kaiser ermöglichten, vier einzelne Herrscher zu besiegen. Jede Armee zieht hohe Stellungen den niedrigen und sonnigen den dunklen Plätzen vor. Wenn du dich um deine Männer sorgst und auf trockenem und festem Gelände lagerst, wird die Armee frei von Krankheiten jeder Art sein, was schon oder eine Anhöhe solltest du stets die sonnige Seite besetzen mit dem Abhang rechts hinter dir. So wirst du gleichermaßen zum Wohl deiner Soldaten handeln, wie die natürlichen Vorteile des Geländes nutzen. Ist ein Fluss, den du durchqueren willst, infolge von starken Regenfällen im Landesinneren überflutet, angeschwollen und von Schaum befleckt, musst du warten, bis er wieder abgesunken ist. Gelände mit steil abfallenden Klüften, mit reißenden Strömen dazwischen, tiefen natürlichen Höhlen, engen Stellen, wirren Dickicht, Morast und Spalten sollten möglichst schnell durchquert oder noch besser gemieden werden. Während wir solche Stellen meiden, sollten wir den Feind dazu bringen, sich ihnen zu nähern. Während wir sie vor uns haben, sollte der Feind sie im Rücken haben. Befindet sich in der Nähe deines Lagers bergiges Gelände, von Wasserpflanzen umringte Teiche, leere schilfbewachsene Flussbecken oder Wälder mit dichtem Unterholz, solltest du sie sorgfältig abschreiten und untersuchen, denn an solchen Plätzen liegen möglicherweise Männer im Hinterhalt oder heimtückische Spione auf der Lauer. Ist der Feind in der Nähe und bleibt ruhig, so verlässt er sich auf die natürliche Stärke seiner Stellung. Zeigt er sich überheblich und versucht einen Kampf zu provozieren, ist er darauf bedacht, dass die andere Seite vorrückt. Scheint sein Lagerplatz leicht zugänglich, hat er dir einen Köder ausgelegt. Bewegung in den Bäumen eines Waldes zeigt, dass der Gegner vorrückt. Das Auftauchen von hastig errichteten Schutzbehausungen inmitten von dichtem Gras heißt, dass der Feind uns misstrauisch machen will. Aufsteigende Vögel sind ein Merkmal für einen Hinterhalt. Fliehendes Wild ein Indiz für einen bevorstehenden Angriff. Sehen wir Staub in hohen Säulen aufsteigen, ist dies ein Zeichen für herannahende Streitwagen. Ist der Staub tiefer, dafür aber über eine breite Fläche verteilt, deutet dies auf einen Anmarsch der Infanterie hin. Verteilt er sich in verschiedene Richtungen, zeigt uns dies, dass einige Staubwolken, die sich hin und her bewegen hingegen sind ein Zeichen dafür, dass die gegnerische Armee lagert. Demütige Worte und zunehmende Vorbereitungen deuten darauf hin, dass der Feind dabei ist vorzurücken. Heftige Sprache und hektische Bewegungen wie im Falle eines Angriffs sind Zeichen, dass der Feind seinen Rückzug antritt. Erscheinen die leichten Streitwagen und nehmen eine Position an den Flügeln ein, deutet dies Friedensangebote, die nicht von einem beschworenen Vertrag begleitet sind, weisen oft auf eine List hin. Bewegt sich beim Feind viel und stellen sich die Soldaten in Reihe und Glied auf, ist der kritische Augenblick gekommen. Wenn sich aber einige nach vorne begeben und andere hingegen zurückziehen, ist es ein Köder. Stehen die Soldaten auf ihre Sperre gestützt, da, deutet dies darauf hin, dass sie schwach vor Hunger sind. Und wenn diejenigen, die ausgesandt werden, um Wasser zu finden, als erstes trinken, ist die Armee von Durst geplagt. Erkennt der Feind einen Vorteil, nutzt ihn aber nicht, bemerken wir daran, dass seine Leute erschöpft sind. Versammeln sich Vögel an einem Ort, ist er nicht besetzt. Lärm bei Nacht deutet auf Nervosität hin. Beobachten die Unruhe im feindlichen ist ein Aufruhr im Gange. Sind die Offiziere wütend, bedeutet das, dass die Männer erschöpft sind. Wenn eine Armee ihre Pferde mit Korn füttert und ihr Vieh tötet, um zu essen, und die Männer ihre Kochtöpfe nicht mehr über die Lagerfeuer hängen und so zeigen, dass sie nicht in ihre Zelte zurückkehren werden, musst du wissen, dass sie bereit dazu sind, bis zum Tode zu kämpfen. Der Anblick von Männern, die flüsternd in kleinen Gruppen zusammenstehen oder in unterdrücktem Tonfall miteinander reden, weist auf Unzufriedenheit in den Reihen hin. Zu häufige Belohnungen zeigen an, dass der Feind am Ende seiner Möglichkeiten angelangt ist. Zu viele Bestrafungen verraten einen Zustand fürchterlicher Not. Mit Getöse zu beginnen, doch hinterher aufgrund der Anzahl der Werden Gesandte geschickt, die einen mit Komplimenten umschmeicheln, ist das ein Zeichen dafür, dass der Feind einen Waffenstillstand begehrt. Wenn die Truppen des Feindes wütend aufmarschieren und uns lange Zeit gegenüber stehen, ohne zu kämpfen oder wieder abzuziehen, befinden wir uns in einer Situation, die große Wachsamkeit und Umsicht verlangt. Ist die Anzahl unserer Truppen nicht größer als die des Gegners genügt das trotzdem. Es bedeutet nur, dass ein direkter Angriff nicht möglich ist. Was wir tun können, ist einfach all unsere Kräfte zusammen, den Gegner gut im Auge zu behalten und Verstärkung anzufordern. Wer nicht vorausschauend denkt und den Gegner auch noch unterschätzt, wird bestimmt von ihm überwältigt. Werden die Soldaten bestraft, bevor sie Vertrauen zu die gefasst haben, werden und sind deshalb praktisch nutzlos. Haben die Soldaten Vertrauen zu dir gefasst, doch du setzt Bestrafungen nicht durch, sind sie immer noch nutzlos. Deshalb müssen die Soldaten in erster Linie human behandelt, aber auch mit eiserner Disziplin unter Kontrolle gehalten werden. Auf diese Weise ist die Straße zum Sieg geebnet. Werden während der Ausbildung von Soldaten Befehle regelmäßig durchgesetzt, wird die Armee gut diszipliniert sein, wenn nicht, wird die Disziplin schlecht sein. Zeigt ein Heerführer Vertrauen in seine Leute und achtet gleichzeitig darauf, dass alle Befehle befolgt werden, ist dies zu beiderseitigem Nutzen. Geländekunde Sun Zu sagte, wir können sechs Arten von Gelände unterscheiden. Erstens zugängliches Gelände. Zweitens verstrickenes Gelände. Drittens gleichmäßiges Gelände. Viertens schmale Pässe. Fünftens steil aufragende Höhen. Und sechstens Stellungen in großer Entfernung zum Feind. Wir nennen das Gelände zugänglich, das von beiden Seiten aus frei durchquert und betreten werden kann. In Bezug auf solches Gelände besetze die erhöhten und sonnigen Stellen vor dem Feind und bewache sorgfältig deine Nachschublinie. Dann wirst du mit einem Vorteil kämpfen können. Gelände, das man einfach verlassen, schwer aber wieder erobern kann, nennen wir verstrickenes Gelände. Aus einer solchen Position heraus kannst du, wenn der Feind noch unvorbereitet ist, schnell hervorpreschen und ihn schlagen. Wenn aber der Feind auf dein Kommen vorbereitet ist und du darin fehlst, ihn zu besiegen, dann ist eine Rückkehr unmöglich und die Katastrophe wird folgen. Gleichmäßiges Gelände nennen wir das, bei dem keine Seite, die den ersten Schritt macht, gewinnen kann. In so einem Gelände sollten wir nicht vordringen, so attraktiv der Köder auch sein mag, den uns der Gegner anbietet. Es ist eher ratsam, sich zurückzuziehen, um auf diese Weise den Gegner dazu zu verlocken, vorzudringen und dann, wenn ein Teil seiner Armee herausgekommen ist, führen wir unseren Angriff aus einer vorteilhaften Position heraus. Im Hinblick auf schmale Pässe ist es ratsam, diese als erster zu belagern und sie dann stark zu besetzen und das Kommen des Feindes abzuwarten. Kommt dir der Feind darin zuvor, einen Pass zu belagern, verfolge ihn nicht, wenn er vollständig besetzt ist, sondern nur, wenn er schwach besetzt ist. Was steil aufragende Höhen betrifft, wenn du deinem Gegner voraus bist, besetze die erhöhten und sonnigen Stellungen und warte dort darauf, dass der Feind heraufkommt. Wenn aber der Feind diese vor dir besetzt hat, dann folge ihm nicht, sondern ziehe dich zurück und versuche ihn fortzulocken. Befindest du dich in einer vom Feind weit entfernten Stellung und die Stärke eurer Armeen wäre zu deinem Nachteil. Diese sechs sind die Prinzipien, die mit der Erde zusammenhängen. Der General, der einen verantwortungsvollen Posten innehat, muss diese äußerst umsichtig studieren. Es kommt vor, dass eine Armee sechs verschiedenen Katastrophen ausgesetzt ist, die ihren Grund nicht in natürlichen Bedingungen haben, sondern im Versagen des Generals. Diese sind erstens Flucht, zweitens Insubordination, drittens Zusammenbruch, viertens Untergang, fünftens Desorganisation und sechstens Niederlage. Auch wenn alle anderen Bedingungen gleich sind, wenn eine Streitmacht zehnmal größer als eine andere ist, so wird das Ergebnis in der Flucht der Letzteren bestehen. Sind die gemeinen Soldaten zu stark und ihre Offiziere zu schwach, ist das Ergebnis Insubordination. Sind die Offiziere aber zu stark und die Soldaten zu schwach, ist das Ergebnis Zusammenbruch. Wenn die höheren Offiziere wütend und aufrührerisch sind und aus Zorn nach eigenem Ermessen kämpfen, sobald sie auf den Feind treffen, bevor der Befehlshaber sagen kann, ob er in der Position ist, um zu kämpfen, ist das Ergebnis Untergang. Wenn der General schwach ist und über keine Autorität verfügt, wenn seine Anweisungen noch die Mannen über klar definierte Pflichten verfügen, wenn die Reihen durcheinander und ohne Überlegung aufgestellt werden, dann ist die Folge hiervon fürchterliche Desorganisation. Wenn ein General unfähig des Feindes Stärke zu bestimmen, es erlaubt, dass eine unterlegene Streitmacht eine überlegenere angreift oder eine schwache Einheit gegen eine Starke schickt und außerdem vergisst ausgewählte Soldaten in die erste Reihe sind die sechs Wege Niederlagen herauf zu beschwören, die sehr sorgfältig von dem General, der einen verantwortungsvollen Posten erreicht hat, beachtet werden müssen. Die natürliche Geländeformation gilt als der beste Verbündete des Soldaten. Aber die Fähigkeit zu besitzen, den Feind richtig einzuschätzen, die siegführenden Kräfte zu kontrollieren und Schwierigkeiten, Gefahren und Entfernungen klug einzuschätzen, diese Art sind die Wer sich dieser Angelegenheiten bewusst ist und im Kampf sein Wissen in die Praxis umzusetzen vermag, wird seine Schlachten gewinnen. Der aber, der sie nicht kennt und sie auch nicht in die Praxis umsetzen kann, wird bestimmt unterliegen. Wenn das Kämpfen sicher in einen Sieg mündet, dann musst du kämpfen, auch wenn der Lehnsherr es verbietet. Wird das Kämpfen aber nicht mit einem Sieg enden, dann darfst du auch auf Befehl des Lehnsherr nicht kämpfen. Der General, der vorrückt, ohne Ruhm zu begehren und sich zurückzieht, ohne Schande zu fürchten, dessen einzige Gedanke darin besteht, sein Land zu schützen und seinem Lehnsherr gut zu dienen, ist das Juwel des Reiches. Betrachte deine Soldaten als deine Kinder und sie werden dir in die tiefsten Täler folgen. Blicke auf sie wie auf deine eigenen geliebten Söhne und sie werden dir bis in den Tod folgen. Wenn du nachsichtig bist, dabei aber unfähig deine Autorität zu zeigen, freundlichen Herzens doch dabei unfähig deine Befehle durchzusetzen und überdies nicht dazu in der Lage bist, aufkommende Unruhen zu unterdrücken, dann werden deine Soldaten schlecht erzogenen Kindern gleichen, die sich als praktisch nutzlos erweisen. Wissen wir, dass sich unsere Mannen in einem guten Zustand der Kampfbereitschaft befinden, übersehen dabei aber, dass der Feind nicht angegriffen werden kann, haben wir nur die halbe Strecke auf dem Weg zum Sieg zurückgelegt. Wissen wir, dass angegriffen werden kann und unsere Männer kampfbereit sind, realisieren aber nicht, dass das Gelände nicht zum Kampf geeignet ist, haben wir immer noch nur die halbe Strecke auf dem Weg zum Sieg zurückgelegt. Deshalb lässt sich der erfahrene Soldat einmal in Bewegung nicht mehr verwirren. Hat er sein Lager erst einmal abgebrochen, verläuft er sich nicht. Daher das Sprichwort Kennst du den Feind und kennst du dich selbst steht der Sieg für dich außer Frage. Kennst du die Bedingungen von Himmel und Erde wird dies deinen Sieg vollständig machen. Die neun unterschiedlichen Situationen Sun Tzu sagte, die Kunst des Krieges kennt neun unterschiedliche Arten von Gelände. Erstens verstreuendes Gelände. Zweitens leichtes Gelände. Drittens umstrittenes Gelände. Viertens offenes Gelände. Fünftens Gelände mit sich kreuzenden Straßen. Sechstens gefahrvolles Gelände. Siebtens schwieriges Gelände. Achtens hemmendes Gelände. Und neuntens hoffnungsloses Gelände. Kämpft ein Heerführer auf seinem eigenen Territorium, ist es verstreuendes Gelände. Dringt er in feindliches Gebiet ein, aber keine sehr große Strecke, so nennen wir es leichtes Gelände. Gelände, dessen Besitz beiden Seiten Vorteile einbringt, ist umstrittenes Gelände. Gelände, auf dem beide Seiten Bewegungsfreiheit haben, nennen wir offenes Gelände. Gelände, das den Schlüssel zu drei aneinander grenzenden Reichen bildet, so dass derjenige, der es zuerst besetzt, über den größten Teil des Reiches befehligt, ist das Gelände kreuzender Straßen. Dringt eine Armee in das Herz eines feindlichen Reiches ein und hat dabei eine Anzahl gut befestigter Städte in ihrem Rücken, so nennen wir dieses Gelände gefahrvoll. Gebirgswälder, zerklüftete Stahlhänge, Moore und Sümpfe, alles Gelände, das schwer zu durchqueren ist, heißt schwieriges Gelände. Gelände, das wir nur erreichen können, wenn wir durch enge Schluchten marschieren und von dem wir uns nur auf mühseligen Pfaden wieder entfernen können, so dass bereits eine kleine Anzahl von Mannen des Feindes ausreicht, um eine große Anzahl unserer eigenen Männer zu erledigen, nennen wir hemmendes Gelände. Gelände, das wir nur dann sichern können, wenn wir ohne zögern kämpfen, heißt hoffnungsloses Gelände. Auf verstreuendem Gelände soll man deshalb nicht kämpfen, auf leichtem Gelände soll man nicht Halt machen, auf umstrittenem Gelände greife nicht an, auf offenem Gelände versuche nicht, des Feindes Weg zu versperren, auf Gelände sich kreuzender Straßen verbünde dich mit deinen Alliierten, in gefahrvollem Gelände bereichere dich durch Plünderungen, bleibe in stetigem Marsch, wenn du schwieriges Gelände durchquerst, auf hemmendem Gelände bediene dich deiner Strategien und Listen, auf hoffnungslosem Gelände Kämpfe Bringe deine Soldaten in Stellungen, aus denen es kein Entkommen gibt und sie werden den Tod der Flucht vorziehen Im Angesicht des Todes wird es nichts geben, was ihnen unmöglich ist Offiziere wie Männer werden höchste Anstrengungen unternehmen Soldaten, die sich in aussichtslosen Situationen befinden, verlieren jeden Sinn für Furcht Wenn es keinen Raum für Rückzug gibt, werden sie standhalten Mitten im feindlichen Reich bilden sie eine hartnäckige Front und wenn sie keine Hilfe erwarten, werden sie hart kämpfen Auf diese Weise werden die Soldaten, ohne dass man es ihnen sagen muss, stets wachsam bleiben und sich so verhalten, wie du es willst Ohne Einschränkung werden sie treu sein Ohne Befehle zu erteilen kann ihnen vertraut werden Verbiete das Omen beachtet werden und zerschlage abergläubische Zweifel So muss kein Unheil befürchtet werden, bis das der Tod selbst naht Wenn deine Soldaten nicht vor Geld strotzen, liegt es nicht daran, dass sie keinen Sinn in Reichtum sehen. Ist ihr Leben nicht allzu lang, hat das seinen Grund nicht darin, dass sie es nicht vorziehen würden, lang zu leben. An dem Tag, an dem sie dazu aufgefordert werden, in die Schlacht zu ziehen, kann es vorkommen, dass deine Soldaten weinen. Einige mögen vielleicht aufrechtsitzen und ihre Kleider benetzen, andere liegen auf dem Boden über ihre Wangen. Doch wenn sie in die Enge getrieben werden, zeigen sie den Mut eines Zu oder Gui. Der geschickte Taktiker mag mit der Schua Iran verglichen werden. Die Schua Iran ist eine Schlange, die in den Schangbergen gefunden wird. Schlage auf ihren Kopf und sie wird dich mit dem Schwanz angreifen. Schlage auf ihren Schwanz und du wirst von ihrem Kopf attackiert. Schlage auf ihre Mitte und sie wird dich mit Kopf und mit Schwanz angreifen. Wenn du fragst, ob eine Armee es schaffen kann, die Schua Iran zu imitieren, so antworte ich mit Ja. Denn die Männer von Wu und die Männer von Yu sind so lange Feinde, bis sie gemeinsam einen Fluss im gleichen Boot überqueren müssen und von einem Sturm überrascht werden. Dann werden sie dazu übergehen, einander zu helfen, so wie die linke Hand der rechten hilft. Folglich ist es nicht genug, sein Vertrauen in das Festbinden der Pferde zu setzen und die Räder der Kriegswagen in den Booten einzugraben. Das Prinzip eine Armee zu leiten besteht darin, ein Mindestmaß für Mut zu setzen, das alle erreichen müssen. Wie man das Beste aus beidem, den Stärken und den Schwächen macht, dies ist eine Frage, die die rechte Nutzung des Geländes mit einschließt. Demzufolge wird der geschickte Heerführer seiner Armee lenken, als führe er einen einzelnen Mann an der Hand. Die Aufgabe des Generals besteht darin, schweigsam zu sein und auf diese Weise für Geheimhaltung zu sorgen, aufrecht und gerecht, um die Ordnung zu erhalten. Er sollte dazu in der Lage sein, seine Offiziere und Männer durch falsche Berichte und Angaben zu verwirren, um sie im Dunkel verhindert er, dass der Feind über konkretes Wissen verfügt. Indem er das Lager verlegt und Umwege nimmt, verhindert er, dass der Feind seine Absichten durchschaut. Im kritischen Augenblick verhält sich der Anführer einer Armee so, als hätte er eine Höhe erklommen und dann die Leiter von sich gestoßen. Er führt seine Männer tief in feindliches Gebiet, bevor er seine Absichten zu erkennen gibt. Er verbrennt seine Boote und zerbricht sein Kochgeschirr. So wie ein Schäfer seine Schafherde treibt, führt er seine Männer mal diesen Weg, mal jenen und keiner weiß, wohin es gehen soll. Sein Heer zu sammeln und es dann in Gefahr zu bringen, dies ist es, was man die Aufgabe des Generals nennt. Die verschiedenen zu den neuen Arten des Geländes passenden Mittel, Dies sind die Dinge, die äußerst gründlich studiert werden müssen. Beim Einfallen in feindliches Gelände gilt das allgemeine Prinzip, dass tiefes Eindringen den Zusammenhalt fördert, ein kurzes hingegen Auflösung bedeutet. Wenn du dein eigenes Reich verlässt und deine Armee durch Nachbargebiet führst, befindest du dich auf kritischem Gelände. Gibt es Verbindungswege in alle vier Richtungen, haben wir es mit einem Gelände sich kreuzender Straßen zu tun. Dringst du tief in ein Reich ein, heißt es gefahrvolles Gelände. Dringst du aber nur ein klein wenig ein, nennen wir es leichtes Gelände. Hast du des Feindes Befestigungen im Rücken und enge Pässe vor dir, so ist es hemmendes Gelände. Gibt es überhaupt keine Zufluchtsstätte, ist es hoffnungsloses Gelände. Deshalb würde ich auf versprengendem Gelände darauf achten, meine Männer mit dem Geist der Einheit zu inspirieren. Auf leichtem Gelände würde ich zusehen, dass es eine gute Verbindung zwischen allen Teilen meiner Armee gibt. Auf umstrittenem Gelände würde ich meine Nachhut zur Eile anleiten. Auf offenem Gelände würde ich ein besonderes Augenmerk auf meine Verteidigung legen. Auf Gelände sich kreuzender Straßen würde ich mich der Treue meiner Verbündeten versichern. Auf gefahrvollem Gelände würde ich versuchen, einen ständigen Nachschubstrom zu sichern. Auf schwierigem Gelände würde ich mich stets in Bewegung halten. Auf hemmendem Gelände würde ich mich bemühen, jede Rückzugsmöglichkeit zu verhindern. Auf hoffnungslosem Gelände würde ich meinen Soldaten verkünden, dass sie keine Hoffnung haben, ihre Leben zu retten. Denn es ist typisch für einen Soldaten, dass er Widerstand bis zum Letzten leistet, wenn er umzingelt ist. Hart zu kämpfen, wenn er sich nicht mehr zu helfen weiß, und prompt zu gehorchen, wenn er in Gefahr geraten ist. Wir können uns nicht mit benachbarten Fürsten verbünden, wenn wir nicht mit ihren Plänen vertraut sind. Wir sind nicht dazu in der Lage, eine Armee auf den Marsch zu bringen, wenn wir uns nicht mit dem Gelände vertraut gemacht haben, seinen Bergen und Wäldern, seinen Tal senken und klippen, seinen Mohren und Sümpfen. Wir werden unfähig sein, die naturgegebenen Vorteile zu nützen, wenn wir uns nicht eines einheimischen Führers bedienen. Es steht einem kriegsführenden Fürsten nicht zu, die folgenden vier oder fünf Grundsätze nicht zu beachten. Wenn ein kriegsführender Fürst einen mächtigen Staat angreift, dann zeigt sich seine Erfahrenheit darin, dass er es zu verhindern vermag, dass die feindlichen Kräfte sich sammeln. Er verängstigt seine Gegner und ihre Alliierten werden daran gehindert, sich gegen ihn zu verbünden. Auch wird er sich nicht mit allem und jedem verbünden, noch wird er offen die Macht anderer Staaten herausfordern. Er führt seine eigenen geheimen Pläne durch und hält seine Gegenspieler in Furcht. Auf diese Weise ist er dazu in der Lage ihre Städte einzunehmen und ihre Reiche zu unterwerfen. Verteile Belohnungen ohne Rücksicht auf irgendwelche Regeln. Erteile Befehle ohne Rücksicht auf vorherige Pläne. So wirst du fähig sein, mit einer ganzen Armee umzugehen, als hättest du es nur mit einem einzelnen Mann zu tun. Konfrontiere deine Soldaten mit der Tat sage ihnen nichts davon, wenn die Situation aussichtslos ist. Bringe deine Armee in tödliche Gefahren und sie wird überleben. Stürze sie in verzweifelte Not und sie wird sie sicher überwinden. In dem Moment nämlich, wo eine Macht dem Untergang geweiht zu sein scheint, ist sie dazu in der Lage, mit einem Schlag den Sieg zu erlangen. Erfolg in der Kriegführung ist dann gegeben, genug an der Flanke des Feindes wird es uns auf lange Sicht gelingen, den gegnerischen Oberbefehlshaber umzubringen. Das nennt man die Fähigkeit, eine Sache durch bloße List zu erreichen. An dem Tag, an dem du dein Kommando übernimmst, blockiere die Grenzpässe, zerstöre die offiziellen Grenzwachen und stoppe die Durchreise aller Gesamten. Bleibe in der Ratsversammlung standhaft, sodass du die Situation kontrollieren kannst. Lässt der Feind eine Tür offen, musst du hineinstürmen. Komme deinem Gegner zuvor, indem du ergreifst, was er für wertvoll erachtet und suche, den Zeitpunkt zu bestimmen, an dem er das Gelände erreicht. Folge dem Pfad der Regeln und mache dich mit den Angelegenheiten deines Feindes vertraut, bis bietet. Danach erhebe dich zu der Geschwindigkeit eines rennenden Hasen und es wird für den Feind zu spät sein, sich dir noch zu widersetzen. Der Angriff mit Feuer Sun Tzu sagte, es gibt fünf Wege, einen Angriff mit Feuer durchzuführen. Der erste besteht darin, die Soldaten in ihrem Lager zu verbrennen. Der zweite darin, Vorratslager zu verbrennen. Der dritte Angriff ist der, die Transportwagen des Feindes zu verbrennen. Der vierte Waffenarsenale und Munitionslager zu verbrennen. Und der fünfte ist, Feuer in die Reihen des Feindes zu schleudern. Um einen Angriff zu starten, müssen wir entsprechend ausgerüstet sein. Das Material zum Entzünden des Feuers muss sich stets in Reichweite befinden. Es gibt eine geeignete Jahreszeit, um Angriffe mit Feuer durchzuführen und spezielle Tage, um etwas in Brand zu setzen. Die geeignete Jahreszeit ist die, wenn es besonders trocken ist. Die speziellen Tage sind die, wenn der Mond im Zeichen des Siebes, der Mauer, des Flügels oder der Sprosse steht, denn dies sind die Tage des aufkommenden Windes. Greift 1. Bricht das Feuer im Lager des Feindes aus, muss man sofort mit einem Angriff von außen aufwarten. 2. Bricht das Feuer aus, doch die Soldaten des Feindes verhalten sich ruhig, solltest du abwarten und nicht angreifen. 3. Hat die Kraft der Flammen ihren Höhepunkt erreicht, greife direkt an, wenn das möglich ist. Wenn nicht, bleibe dort, wo du bist. 4. Ist es möglich, einen Angriff mit Feuer von außen vorzunehmen, warte nicht darauf, dass es innen ausbricht, sondern führe deinen Angriff zu einem günstigen Zeitpunkt aus. 5. Legst du ein Feuer, so greife mit dem Wind an, nicht gegen den Wind. Ein sich tagsüber aus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020